Servus liebe Freunde, Nachtschicht 2013 hier in Erntembrück. Und ihr seht es, alles ist in Leon getaucht. Der Abend wird perfekt, liebe Freunde. Schön, dass ihr mit dabei seid. Lasst uns eine gemeinsame tolle Zeit haben. Und an meiner Rechte Marco Maribello. Und hier der Philipp Torreiro. Wir geben heute Gas und sprengen die Festhalle hier in Erntembrück. Seid dabei, Nachtschicht, wir treiben es bunt. Dark to Beat in the house. Fette Deko hier mit Neonschnüren. Gebildete Konstrukte, UV-Lichter drunter. In der ganzen Halle, da hinten noch einmal. Und dort und unter der Decke überall hängen Neonschnüre und UV-Beleuchtung. Wir machen gerade so ein bisschen das One-Up-Programm hier. Und ab 22 Uhr ist es dann Party, Party, Party. Und natürlich seid ihr live mit dabei, wenn ihr gleich die Türen aufgesetzt habt. Und dann die rechte Stimmung und der Laden kommt. Tausend Leute haben sich angesagt hier in Erntembrück. Und das heißt, die Halle wird voll sein. Lasst euch überraschen, viel Spaß. So, hier draußen seht ihr schon die lange Schlange. Alle Leute wollen rein. Bis runter zur Straße. Menschenmassen. So, Partygemeinde. Hier geht's schon richtig los. Die Halle füllt sich massiv. Richtig was los hier in Erntembrück. Der Genstler brennt hier. Hört einfach mal selber. Volles Programm hier. Party, Party, Party. Vorhin das auch gereicht. Die Halle ist voll. Die Ampel ist voll. Und wir starten hier richtig durch. Mit Vistoreo und Marco Marcello. Und er hatte keine Schuhe mehr an. Hier auch heute. Mr. Marco Marcello in Leon. So. Was hätte ich keine Fäße hier. Erntembrück, stillen Kopf. Ich dachte auch fantastische Fräge. Schaaf auf. Du wirst schon vor uns wiriden zu geben. Du hörst. Der Quote der Strang der mir leben. Und der Sonne an��. Die Mann und der Nacht irgendwann. Jetzt voll mit dir sagt es. J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J. Es ist süß. Ja Leute, wir sind ja auf Twinslust in der Wahnsinn, nach G-Party 2.0.30. Wir haben jetzt fast kein Spaß mit euch und mit den neuen Freunden. Ihr habt jetzt schon feiert, das ist nicht toll, hallo, hey, hier mit dem Ruder, was das sollte. Schaut einfach mal, hier geht das Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn! Die Hände! Anitzer ran, hier das Manyaket Hou mit ihr, ein Geräuschen! Ein Geräuschen! Untertitelung auf boyacke Musik les hausse Ja, baby, let's go. All right. Die Luftmichale wird eingepackt, liebe Freunde. Das war's Nightlife mit dem Start präsentiert. Wir haben überzogen, ungefähr eine halbe Stunde, aber scheiß drauf. Im März sehen wir uns wieder hier, gleiche Stelle, gleiche Location. Kommt gut ins Bett, gute Nacht, ciao, ciao. Euer Philipp Torreiro und Marco Maribello, gute Nacht zusammen.